Ich denke, dass Sie alle eine super Rückrunde gesichert haben für unsere Mannschaft. Wir haben mit der Rückrunde 31 Punkte genommen und haben noch ein Spiel. Und wir sagen alle, wir besorgen heute Spiele. Wir besorgen heute Spiele, 31 Punkte in der Rückrunde. Mal zwei, 62 Punkte kommen die Tabelle. Ja, ich denke, wir müssen alle haben. Also die nächste Saison, eine Super-Saison, Martin. 2008 war ein bisschen scheiße. Aber ich habe immer gesagt, 2009 ist unser Jahr! Ich habe das noch nie so gesehen, Dritte Liga, so viel Befledscht und so viel Begeisterung.